Wir haben einen sehr wichtigen Gipfel heute gehabt mit der gesamten Ärzteschaft. Es ging um die hausärztliche Versorgung und um die fachärztliche Versorgung. Wir hatten ein Papier verteilt, was wir also in den letzten Monaten vorbereitet haben. Wir sind am Vorabend einer sehr großen Reform in der Art und Weise, wie wir Hausärzte, aber auch Fachärzte vergüten wollen. Auch in diesem Bereich sind wichtige Strukturreformen in den letzten Jahren ausgeblieben. Das hat dazu geführt, dass die Praxen derzeit sehr bürokratisch arbeiten müssen, dass es aber auch Ungerechtigkeiten in der Honorierung gibt und dass die Art und Weise, wie wir honorieren, nicht vorbereitet ist auf die digitale Zeit, in die wir jetzt vorstoßen in der Versorgung, in der Hausarztpraxis wie in der Facharztpraxis. Mir war sehr wichtig, dass wir heute nicht nur über unsere Vorschläge gesprochen haben, die wir erstmalig präsentiert haben, sondern dass wir auch andere Anregungen mitnehmen und es konnte über alles gesprochen werden. Ich habe ausdrücklich darum gebeten, dass auch Streit in der Sache, auch um Honorare beispielsweise, also Versorgung von Privatpatienten, alles war erlaubt, solange eben zivil gesprochen wird. Und Sie sehen uns hier in Vollständigkeit. Von daher hat es keine, hat es also keinen, es war eine gute Diskussion, möchte ich sagen. Es war eine wirklich interessante, gute Diskussion, nicht nur um unsere Vorschläge, sondern wir haben einiges dazu bekommen. Herr Gassen war noch zugeschaltet aus den Vereinigten Staaten. Frau Steiner von der KBV vertritt Ihnen heute und wird gleich Ihren Kommentar abgeben. Was ist im Konkreten von uns jetzt geplant? Worum ging es heute? Zunächst einmal, wir werden bei den Hausärzten eine Entbudgetierung vornehmen. Das wird im Versorgungsstärkungsgesetz, wird das also gemacht werden. Dieses Gesetz werden wir im Januar noch öffentlich machen. Wir werden darüber hinaus auch also eine neue Art und Weise, wie Hausärzte vergütet werden, einführen. Dabei werden Vorhaltepauschalen eine Rolle spielen, so ähnlich wie Sie das aus dem Krankenhaussektor jetzt schon kennen. Also in dem die Praxen, die besonders bedeutsam sind für die Versorgung, die viele Patienten versorgen, die Hausbesuche machen, die sozusagen die Versorgerpraxen sind, die werden eine Pauschale bekommen, einfach für die Vorhaltung dieser Leistung. Dann wird es für die Versorgung von Patienten darüber hinaus noch eine Jahrespauschale geben. Das ist eine große Reform. Wir verabschieden uns damit von der Quartalspauschale. Weshalb machen wir das so? Na ja, die Quartalspauschale führt oft dazu, dass der Patient einbestellt wird, wenn er chronisch krank ist, nur damit die Pauschale bezahlt werden kann. Somit finden viele Praxisbesuche statt in den Praxen, die medizinisch nicht unbedingt notwendig sind, sondern weil das System das notwendig macht. Und wir wollen hier mit einem Einschreibensystem arbeiten. Das heißt, man schreibt sich beim Hausarzt seiner Wahl ein. Dafür bekommt der Hausarzt dann eine Jahrespauschale. Und wie oft man dann bei diesem Hausarzt tatsächlich versorgt wird, liegt dann im Ermessen des Hausarztes. Damit werden wir den Hausärzten viel mehr Autorität auch geben. Bei der medizinischen Indikation dieser Besuche, Sie erkennen hier ein Grundmuster, was wir auch eben schon in den Krankenhäusern angekündigt haben. Wir wollen auch die Praxen, die Haushaltspraxen, entökonomisieren. Also, dass nicht im Vordergrund steht, wie oft muss ich den Patienten einbestellen, um das volle Honorar auslösen zu können, sondern die Vorhaltepauschale und diese Ganzjahrespauschale, die gibt es für die Einschreibung. Und dann wird auf medizinischer Ebene entschieden, ob da tatsächlich der Besuch in der Praxis notwendig ist. Das wird für die Patienten eine deutliche Verbesserung bringen, denn man wird dann nicht einbestellt, zum Beispiel, um ein Rezept einzulösen oder einbestellt werden, damit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt, sondern das kann dann alles telefonisch gemacht werden. Das heißt, wir werden sehr viel weniger Patienten in den Hausarztpraxen sehen, weil all die Praxisbesuche dann wegfallen können, die durch eine telefonische Konsultation oder durch eine telefonische Krankschreibung oder durch ein telefonisch angeordnetes Rezeptstand stattfinden können. Dann kann die Praxis sich auf die Patientinnen und Patienten konzentrieren, die medizinisch auch versorgt werden können. Also viel weniger Menschen im Wartezimmer, darum aber eine intensivere Versorgung derjenigen, die in der Praxis dann auch untersucht und behandelt werden können. Das legen wir in die Verantwortung der Hausärzte. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir diese große Reform schon seit Monaten vorbereiten und dass wir diese sehr intensiv auch abgestimmt haben mit dem Hausärzteverband, der heute ja zugegen ist und denen ich um eine Kommentierung gebeten habe. Wir haben auch für den Bereich der Facharztversorgung zahlreiche Veränderungen heute vorgetragen. Eine ganz wichtige ist der fast vollständige Verzicht auf die sogenannten Arzneimittelregresse. Jeder von Ihnen kennt diese Begrifflichkeit, wenn der Arzt zu viel oder zu teuer verschrieben hat, dann haftet er damit zum Teil mit seinem eigenen Einkommen und das wird von vielen Ärztinnen als Ärzte ungerecht empfunden. Dieser sogenannte Arzneimittelregress, der wird mit einer Bagatellgrenze jetzt umgesetzt, dass 80 Prozent der derzeitigen Regressfälle entfallen werden. Wir werden dort den Ärzten einfach mehr vertrauen. Das heißt also, die Kontrolle war die Verschreibung hier wirtschaftlich oder nicht. Das legen wir stärker in die Autorität, in die fachliche Autorität der Ärzteschaft. Das gilt für Hausärzte und für Fachärzte. Der von vielen Ärzten gefürchtete und sehr bürokratische Arzneimittelregress wird eine ganz andere Bedeutung haben. Was wir auch bei den Fachärzten machen werden, gehen wir nochmal heran an die Koordination Hausärzte-Fachärzte. Da müssen wir uns überlegen, wie wir es besser machen können. Die derzeitigen Regelungen sind nicht optimal. Es dauert nach wie vor zu lange, bis ich einen Facharzttermin bekomme. Das gilt auch für Patienten, die erstmalig bei einem Facharzt gesehen werden. Jetzt am Wochenende zum Beispiel wurde mir wieder ein Fall zur Aufmerksamkeit gebracht, wo erstmalig jetzt eine Herzmuskelentzündung festgestellt wurde und der Termin beim Kardiologen erst im April stattfinden kann. Das sind viel zu lange Zeiträume. Das ist auch medizinisch eine bedenkliche Angelegenheit, wie die Kollegen hier gerne bestätigen mögen. Und damit so etwas nicht aus wirtschaftlichen Gründen passiert, werden wir an diese Koordination Hausärzte-Fachärzte nochmal rangehen. Wir werden darüber hinaus die sogenannten Hybrid-DRGs also verstärken. Und da gibt es dann nur noch einen Preis. Also eine Hybrid-DRG ist ein Fall, der kann stationär oder ambulant gemacht werden. Dafür gab es derzeit zwei Preise. Und wir werden das System so zusammenführen, dass es einen Preis gibt, sodass dann in der Regel die ambulante Versorgung, die Versorgung der Wahl sein wird und nicht die stationäre, weil sie besser bezahlt wird. Daran gehen wir ran. Und wir werden auch prüfen, ob wir an die Gebührenordnung für Ärzte in der privaten Versicherung und bei der Beihilfeversorgung noch einmal herangehen. Das wird aber geprüft werden im Rahmen einer größeren Prüfung, wo wir uns überlegen werden. Also gehen wir nochmal an das Verhältnis von privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung heran. Aber wie gesagt, ergebnisoffen werden wir da rangehen. Schließlich möchte ich einen Punkt noch erwähnen, der mir ganz besonders wichtig ist. All das, was wir jetzt machen, das werden große Honorarreformen sein. Das ist keine Frage, dass das eine komplette Veränderung geben wird, wie wir Ärzte in der Praxis bezahlen werden. Also das wurde auch eben von allen Beteiligten, wurde das zum Teil anerkannt, zum Teil wurde auch gewarnt, diese Warnungen, dass es eine sehr komplizierte Reform ist. Das hat sich schon gezeigt in der Vorbereitung der Reform. Wir arbeiten seit Monaten daran und das ist eine große Honorarreform. Die wird verändern, wie in den Praxen vorgegangen wird. Das hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie in den Praxen gearbeitet wird. Eine verbessernde Auswirkung. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass das jetzt kommen wird, dass es kommen muss. Eine große Reform. Wir haben aber hier zu beachten, all das wird nur funktionieren, wenn wir in Zukunft genug Ärzte überhaupt haben, die diese Praxen füllen können. Und dafür brauchen wir eine größere Zahl von Medizinstudenten. Hier werden wir in einem der Gesetze, die jetzt kommen, wahrscheinlich im Versorgungsstärkungsgesetz 1, werden wir auch einen Vorschlag machen, dass die Zahl der Medizinstudenten und Studentinnen um 5000 pro Jahr erhöht wird, weil wir da sonst einfach nicht die Manpower haben werden, um aus einer Mangelbewirtschaftung in den Praxen herauszukommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017